Ja Leute, ist jetzt schon eine Weile her und hat leider auch deutlich länger gedauert als erwartet. Aber ich sag's einfach mal so, wenn man real life halt viel Stress und viel zu tun hat, geht das natürlich vor. War jetzt bei mir so, ich hatte wirklich unglaublich viel um die Ohren und ich wollte euch einfach nur Bescheid geben, dass ich jetzt vermutlich ab Montag wieder voll in die Sache einsteigen werde hier. Ja, das bedeutet, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich jetzt morgen oder heute und morgen die ganzen verpassten Patch Notes mal durchgehe, schauen, was ich so verpasst habe und dann versuche einfach videotechnisch wieder aufzuholen. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich jetzt zeitnah vielleicht als erstes machen soll, könnt ihr mir das gerne unter das Video drunter posten. Ansonsten muss ich einfach mal spontan schauen. Ich habe gesehen, es gibt hier eine neue Kollektion für Revenant. Ich glaube, über den neuen Warframe Shirelli hatte ich noch kein Video gemacht, obwohl ich den auch schon fertig gemacht hatte. Und ansonsten habe ich, glaube ich, noch waffentechnisch ein wenig was zu tun, nachdem ich jetzt die ganzen Waffen hier nochmal auf die neuen Mods vorbereitet habe. Also, wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, sagt's mir gerne. Ansonsten versuche ich einfach wieder ab Montag so voll alles aufzuholen und wieder in die Sache einzusteigen. Ich hoffe, dass immer noch viele Leute da sind und ich sage jetzt einfach mal bis Montag.